willkommen zurück zu einer weiteren folge aus flippers wir sind ja fast nur garten grundstück und leider gottes würden wir hier gerade massiv miese machen naja um die 2000 könnte ich sogar ich kann ich nicht verschieben könnte ich nur verkaufen und das problem ist dass mir das überhaupt nicht gefällt wir haben im garten wettbewerb teilgenommen wir haben immer noch wartezeit nur alle zehn minuten daran teilnehmen können wir haben jetzt hier blumen noch mal gepflanzt weil das layout war okay aber unser massive flack viele pflanzen gefallen wir haben auch amerikanisch eingereicht und da ist stellt sich mir gerade die frage noch ob wir hier noch ein paar ja pflanzen hin bauen sollten oder nicht ich kenne natürlich hier so kugelbaum oder kugelbaum was macht das ist ja nicht unbedingt groß weiß halt nicht ob es sinnvoll ist die bäume weg zu hacken und dafür andere sachen hinzusetzen wie groß sind die nicht sehr groß könnte man aber hier so beim pool mit hin pflanzen aber wäre halt auch nur so eine deko hier habe es eine andere wir pflanzen jetzt ja einfach mal so das ein oder andere hin einfach das ist aber groß damit wir vielleicht noch ein paar pünktchen bekommen weil wir machen derzeit 2000 miese beim verkauf es ist doch nicht normal tropische pflanzen und wir packen vorne noch so ein zwei tropische pflanzen mit hin wo der hund rum eiert dann kann er sich daran verletzen und aua schreien und daraus lernen ein einfach nur weil es ja schick aussieht sind diese und ganz nice und die sollen halt leicht zu pflegen auch sein pflanzen wir könnten natürlich hier auch noch ein paar bambusse hin niedriger bambus ja weil wir haben ja hier ein koi teich jetzt hier hinter noch so ein paar pflanzen bauen eigentlich ist würde das dem ganzen noch auch noch mal so ein bisschen sorry aber der baum muss weg ah danke da sieht sich gut aus dazwischen so besser 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 oh wir können wieder wir haben hier daran teilgenommen ausstattung auswahl der pflanzen immer noch aber ich verstehe nicht verstehe ich nicht komm wir verkaufen jetzt die hütte egal scheibenkleister egal geh zur auktion das ist dann einfach so wir hatten vorhin 47.000 und ich gehe mal davon aus dass es nicht mehr sein wird auch wenn wir jetzt ein bisschen mehr investiert haben wir machen jetzt sogar 4000 miese weil wir gerade noch mal ähm sache rein gesteckt haben egal wir verkaufen das haus jetzt so wir dürfen also gar nicht wir müssen halt wenn dann billige sachen reinballern das gefühl damit wir häuser wir können ja mal wir haben ja das sommerhaus gekauft wir haben das nur ähm ähm na sah schon wir haben das sommerhaus ja nur aufgeräumt wir haben ja nichts weiter gemacht wir haben es nur sauber gemacht aufgeräumt ich weiß gar nicht ob wir die scheiben aufgeräumt haben müssen wir gleich mal gucken aber ähm 4000 miese im normalfall hätte ich das nicht verkauft sei so wie es ist wir haben hier einfach nur rasen gemäht den das unkraut vernichtet ähm jo und das war es eigentlich ne innen drinnen noch aufgeräumt ich weiß nicht sind die scheiben alle sauber müssen wir mal kurz gucken aber jetzt sieht ja danach aus ne weil hier ist wie gesagt was wäre wenn wir das jetzt so verkaufen wir haben wirklich ein oder wir können ja mal gucken ähm er wäre interessiert wo konnte man das nachgucken hier käufer ähm wer war waren du bist das hier genau ein schlafzimmer okay ein badezimmer okay wieso nur eins fragezeichen habe ich nicht gesagt dass ich eine sauna möchte das hättest du dir denken können es fehlt hier an etwas privats raum aha nicht einmal ein fernseher nicht gut ähm sorry wo ist denn die sind denn die lautsprecher ich brauche ein doppelbett weißt du ich möchte es okay wir können ja mal gucken ich habe keinen platz für meine zeitschriften ein haus ohne bad da stimmt doch was nicht bad hast du doch nicht ach mag ich mag nicht äh das weiß ich ich verstehe das hier grad nicht mag nicht ähm ich werde meine ganze sammlung an zeitschriften den regalen verstauen können ein paar momentane sachen wählen angebracht man muss ey ich verstehe das nicht ha ey es ist doch ein bad drin oder es ist ein bad verstehe ich jetzt nicht ich würde wissen was passiert wenn wir das jetzt verkaufen wir haben das für ich weiß gar nicht 71 oder so gekauft wir haben das für 71 gekauft die höhe deines aktuellen budgets deine arbeitszeit okay zum auktion wir haben es für 71 gekauft 73 74 immer noch ey wir haben es nur aufgeräumt wir haben ein bisschen zeit investiert also renovierungskosten sind 300 wir machen wir haben so gut wie nichts gemacht und machen 5000 plus Angebot annehmen wie kann denn das sein erst mal ernsthaft wie kann das sein dass wir ein Haus verkaufen wo wir nichts gemacht haben und dann miese also wirklich miese mitmachen ein Haus also wo wir viel machen machen wir miese wo wir gar nichts wirklich machen machen wir plus das testen wir jetzt wir kaufen uns noch ein Haus ähm nein growth zum verkauf wir kaufen uns jetzt hier dieses ein fahrendes Haus das kaufen wir uns jetzt einfach wenn du im Büro bleiben möchtest wechsel zu wir testen also wir räumen jetzt hier auf wir machen jetzt hier oder bei der Fische so gut wie nichts und verkaufen es dann wieder weil wenn wir damit plus machen und wir haben gerade gut plus gemacht mit meiner meinung nach so okay das erste was wir machen was ist das denn hier hä ist das warum liegen die Platten hier so komisch erstmal den Müll wegräumen ne ähm das ist das scary was zu was zu ist das ein dummer Pullover so Rasenmäher rausgeholt wir mähen jetzt erstmal Rasen ähm ähm damit wir es sehen können na 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 oh wenn die Graffiti gut wären würde ich sie sogar an dem Wagen lassen aber leider Gottes gibt es Menschen die der Meinung sind sie müssen was beschmieren sind aber künstlerisch einfach nur ja sind keine Künstler also diese Tags und so mit Namen die sehen so hässlich immer aus ich kenne auch ein paar gute Gute muss man dazu sagen wo man wirklich sagen kann ey das sieht richtig genial aus bitte lass das aber leider gibt es zu viele Idioten die irgendeinen sch Blödsinn irgendwo ran machen sich dabei cool fühlen dass sie äh fremdes Eigentum beschmutzt haben und das muss man einfach so sagen ich verstehe sowas nicht wieso also auf den Gedanken bin ja noch nicht mal ich gekommen als die noch jünger war so aber da kommen wir nicht rüber okay da kommen wir nicht rüber dann können wir hier auch den raus mehr auspacken aber ja gut dann schauen wir mal dann schauen wir mal also ich finde zum Beispiel so richtig wenn das wirklich anspruchsvoll sind die Graffitis ey dann hat glaube ich kaum ein Mensch was dagegen wenn die Welt etwas bunter ist wenn da schöne Graffitis hängen die wirklich ansehnlich sind die Anspruch haben die vielleicht sogar ja man kann auch sagen politische Kritik äußern in ihrer Botschaft oder oder gegen Antisemitismus Rassismus Frauenfeindlichkeit gegen Feindlichkeit jeglicher Art sind absolut wenn die gut gemacht sind aber wenn dann nur so irgendwelche hässlichen Text die nur Insider sogar verstehen dran sind dann bringt einem das doch gar nichts außer dass es scheiße aussieht hässlich und bäh ist und sie ja keulen sich wahrscheinlich darauf ein oder jetzt könnte man sagen ruhen sich einen runter nein masturbieren ist ja oder was ist ist das bei Frauen dann auch masturbieren ja zumindest befriedigen sie sich dran egal ob Frau oder Mann die das dann machen anscheinend weil wozu macht man das sonst und zu viel Geld und zu viel Zeit haben die Leute auch die sowas machen so okay der Rasen ist gemäht jetzt wird der Zug gespritzt lass uns mal den Zug abspritzen hier sowas ist absolut hässlich was soll der Blödsinn wozu macht man sowas ich werde es nie verstehen warum man so eine Tags zum Beispiel irgendwo anbringt und mir können die Leute nicht erzählen das machen die weil es schön aussieht das glaub ich beim besten Willen nicht das hier ist ein Tag wenn das ein Tag ist sieht der schon wieder geil aus mit der Person hier wenn das ein Tag ist er war ein Tag aber den das sieht okay aus das hier sieht hat auf jeden Fall mehr als so ein Blödsinn hier mit dieser Schrift oder diese Schrift sieht genauso hässlich aus das geht gar nicht die Figur an sich sieht ja gut aus aber dieser Tag da dieser Name geht auch meiner Meinung nach nicht naja und das hier finde ich wieder kommt drauf an wo das herangetaggt ist aber das hat meiner Meinung nach auch schon wieder einen künstlerischen Charme weil ne das ja schon wieder eine Aussage ist aber gut die wird hier an unserem Wagen nicht gestattet Guten Tag Hörst du? Putzi Putzi Kann man hier streichen? Das wäre vielleicht eine Vari... Ach du heiliger Bim Bam Okay, das ist ja hier komplett Schrott Das ist ja wirklich kompletter Schrott also wir wollen ja so wenig machen wie möglich aber wer kauft das? Hm... Uh... Aber warum da hingehangen und nicht? What the... Ähm... Bin ich hier bei 1001 Dalmatino gelandet? Hallo? Hallo? What the hell? Was geht hier ab? Okay Da ist ein Hund zurückgeblieben Hm... Oh... Gucke mal... Hm... Oh... Gucke mal... Hm... Hm... Ich kann euch sauber... Vier... Haha... Mit zum Job nehmen... Nein... Ist das Büro? Und was kann ich jetzt hier machen? Wenn ich jetzt sage mit zum Job nehmen... Schließen... Schließen... Was kann ich mit dem machen mein Gudrun? Tau ziehen? Uh... Na... Willst du Tau ziehen? Oder auch nicht? Hm... Lässiges Tau ziehen? Der Hund ist zu nah... Oh... Ja... Wuii... 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 Oh... Ha... Du bist ja... Du bist ja fein... Fein... Mio... Ähm... Folge mir... Bewegen... Stückchen... Hahaha... Geil... Okay... Das ist wirklich funny... Das ist funny süß... Ähm... Jawohl... Nee... Komm... Ohne... Ohne... Udi... Ja... Wir lassen den Namen, oder? So... Schließen... Kommt ja jetzt mit... Ich glaube schon, ne? Oh... Jetzt müssen wir hier... Jede Fenster... Das Fenster ist auf der anderen Seite dreckig... Die sind von außen dreckig... Ah... Na toll... Jetzt sollen wir hier jedes einzelne Fenster reinigen? Ach... Das... Das ist ja mal ne Arbeit... Besonders wenn ich das ansetze... Ist schon die Hälfte fertig... So... Die Frage ist natürlich... Investieren wir hier noch groß Geld drin? Wir hatten ja jetzt ja gesagt... Wir testen es einfach mal... Indem wir einfach komplett aufräumen... Sauber machen... Und dann verkaufen... Und eigentlich bin ich immer noch da... Überzeugt von... Dass das... The way to go gerade ist... Weil... Garten würde ich hier gar nicht machen... Man könnte drinnen halt ein Bett oder so aufstellen... Eine Wand könnte man ziehen... Dass man so ne Art Püschel hat... Mehrere sogar könnte man ziehen... Ja... Okay... Ich habe sogar einen Zug... Da kommt ein Zug vorbeigefahren... Wie nice ist das denn gemacht? Ein Güterzug... Mit verschiedenen Gütern, ne? Ja... Aber der ist ja nicht lang... Für amerikanische Verhältnisse... Ist der ganz schön klein... So... Jetzt haben wir hier glaube ich... Alles sauber gemacht... Wir haben hier ein Bild... Ja... Hier ist nicht alles sauber... Aha... Endlich Ordnung... Ja... Und nun... Hätte ich gesagt... Wir verkaufen das Ding ganz einfach... Einfach weil wir was können... Wir haben 51.000 investiert... Zur Auktion gehen... Da macht jemand... Was? Wir haben nichts gemacht... Außer sauber... Ihr wollt mich doch veröppeln... Wir machen 14.000... Gewinn... Dafür... Dass wir ein bisschen... Sauber gemacht haben... Also... Machen wir doch sofort... Nehmen wir doch sofort an... Vielleicht ist das Bild... Ein paar Millionen wert... Wer weiß... Das ist gerade lächerlich gewesen... Ey... Wir haben 14.000... Ihr müsst euch das mal vorstellen... Wir haben 14.000 gerade plus gemacht... Davor 5.000... Davor 4.000 minus... Wo ein Haus war... Was wir... Renoviert haben... Den Garten gemacht haben... Wo wir alles gemacht haben... Sogar am Gartenwettbewerb teilgenommen haben... Ähm... Krank... Was ist eigentlich wenn wir... Ah ne... Bei dem können wir noch nicht... So... Was haben wir denn noch für Häuser... Jetzt im Angebot... Ey... Jetzt mal ernsthaft... Ähm... Zum Verkauf stehen 40... Weitere Häuser... Hier für 58.000... Aus nach einer Überschwemmung... Das bedeutet von außen... Ein bisschen sauber machen... Ein paar Möbel neue rein... Eventuell... Wir kaufen es mal... Wir wechseln mal hin... Es ist... Es... Ja okay... Hier muss unten alles gemacht werden... Heizung... Heizkörper... Das ist glaube ich dann schon wichtig... Zumindest die... Sauberkeit... Hinzubekommen... Ähm... Weiß halt nicht ob das hier... Sauber geputzt oder gemalert werden muss... Das kann ich halt überhaupt nicht beurteilen... Okay... Warum stehen hier Möbel draußen? Gucken nur mal kurz einmal außen rum... Okay... Das bedeutet... Wir könnten von außen... Du... Brauchst Gips... Um... Dieses Loch... Was... Wir brauchen Gips... Wo kriegen wir ein Gips her? Äh... Gips... Äh... Was haben wir jetzt gemacht? Ich glaube ein Screenshot aus Versehen... Eimer voll Gips... Nein... Nein... Oh... Ich verstehe nicht... Aha... Du brauchst Gips und das Loch zu... Ok... Und danach malern... Oder wie? Also... So verstehe ich das gerade... Oder? Hey... Wir machen erstmal weiter... Hä? Also... Das... Wird soll der Blitzen jetzt hier? Ach... Das sind verschiedene... Ah... Hm... Hm... Wie voll der Gips Eimer ist... Das ist aber auch nicht unbedingt klar, ne? Jetzt wissen wir endlich, was das mit dem Gipsen auf sich hat... Weil die Gips haben wir ja noch nie... Haben wir jetzt vielleicht in dem... Ähm... Verbrannten Haus... Fallschimmer? Das haben wir ja glaube ich auch noch nicht verkauft, ne? Ich glaube das haben wir noch nicht verkauft... Äh... Hm... Hm... Okay... Brauchen wir hier überall... Äh... Wir brauchen hier überall Gips... Uiuiuiuiui... Ja... Der Müll kann erstmal weg... Ich müsste mal hier alles wegpacken, ne? So wie das aussieht... Okay... Weil das sind irgendwelche... Regale... Regale glaube ich... Also... Der Test ist... revelation... Dass wir dieses Haus gleich fertig... Gipsen... Und verkaufen... Mit dem... Was hier drin steht... Und dann schauen wir mal... Also, ich würde natürlich eine Heizung anbringen wollen... Ja... Aber, und dann würde ich einfach schauen, was... Das Haus uns an Geld bringt... Aber das machen wir beim nächsten Mal... Daher... Danke fürs Zusehnen... Und... U enseñ... Bis zum nächsten Mal.